In den letzten Jahren durfte ich immer wieder Tools für LinkedIn testen, aber tatsächlich haben sich vielleicht eine Handvoll davon für mich wirklich bewährt. Doch vor ein paar Wochen tauchte immer wieder ein Tool auf und das war der Moment, wo ich gesagt habe, hey, dieses Tool sollte ich mir unbedingt mal anschauen. Und wirklich, es hat keine paar Stunden gedauert, da war ich völlig fasziniert davon und habe gesagt, hey, dieses Tool hätte ich gerne wirklich früher entdeckt. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Folge aufnehme und dir wirklich verraten will, welches Tool das ist und vor allem, was dieses Tool kann. Denn das Beste an dem Tool aktuell ist gerade noch, dass es komplett kostenfrei ist und insofern, lass uns direkt reinspringen. Als erstes möchte ich mich jedoch kurz bedanken für den ganzen Support, gerade bei den letzten YouTube-Videos. Es gab so viele Likes wie noch nie, was mich extrem freut und wir sind auf dem Weg zu 5000 Abonnenten, was ein großartiger Meilenstein ist. Also das bedeutet, wenn dir das Video gefällt, gerne ein Like da lassen und ein Abo da lassen und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der Folge. Das Tool nennt sich Authored Up und das große Versprechen ist die All-in-One-Lösung für das Thema Content auf LinkedIn. Und nachdem du dich angemeldet hast, kommst du hier als erstes in diesen Editor. Und ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht und zwar habe ich heute Morgen einfach mal einen Post geschrieben. Ich habe jede Woche gepostet, aber ist nichts passiert, ist die Headline und hat einfach mal probiert, wie dieser Editor hier funktioniert. Und er hat es mir wirklich wahnsinnig leicht gemacht, relativ konzentriert diesen Post runterzuschreiben. Und jetzt zeige ich dir ein paar Funktionen, die aus meiner Sicht super cool sind. Zum einen für alle Podcast-Hörer auf der rechten Seite sieht man jetzt wirklich einen kompletten Preview von deinem Post mit einem Like und 8 Shares. Das sieht ganz nett aus, weil man schon so ein bisschen Eindruck bekommt, wie das Ganze aussehen kann. Man kann das Ganze sich auf allen Geräten anzeigen lassen, vom PC über Tablet über dem iPhone, was eine coole Funktion aus meiner Sicht ist. Aber jetzt kommt es aus meiner Sicht eine richtig coole Funktion. Sie haben Beispiele und Vorlagen für Headlines eingebaut. Nennen sich hier Hooks und das bedeutet, du kannst hier auf verschiedene Hooks klicken. Zum Beispiel Herausforderung, so habe ich sie überwunden und Ergebnis. Ich habe es nicht geschafft, Kunden über LinkedIn zu gewinnen, obwohl ich das Standard Playbook befolgt habe. So habe ich das Blatt gewendet und sofort 10 Leads bekommen. Also er hat hier immer drei konkrete Beispiele pro Hook und das ist natürlich extrem cool. Gerade wenn man vor dieser weißen Seite bei Content sozusagen sitzt, kommt man hier auf relativ coole Ideen und kann die einfach mal durchklicken. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Hooks irgendwie gefühlt kein Ende nehmen. Hier gibt es wirklich zahlreiche und du kannst unten immer weiter draufklicken und dir weitere Hooks anzeigen lassen. Und das ist natürlich perfekt für gerade, wenn man Schwierigkeiten hat auf Ideen zu kommen, ist das eine richtig coole Funktion, die mir super gut gefällt. Also ich habe das wirklich auch gerade ein paar durchgespielt und ein paar Ideen für Posts direkt sozusagen mitgenommen. Coole Funktion. Als nächstes gibt es hier Endings, was nichts anderes ist als der Call to Action. Das bedeutet das Ende vom Post. Hier wird zwar noch gesiezt, aber trotzdem sind dabei ganz coole Ideen. Gerade auch Fragen zu stellen. Ich bin ja ein großer Verfechter davon wirklich ja, nein Fragen am Ende von Posts zu stellen. Aber trotzdem sind hier ein paar coole Sachen drin, die ich auch in der Form noch nie getestet habe. Das muss man am Ende sagen. Und das ist am Ende dann natürlich auch ein Testwert. Einfach mal zu gucken, wie diese Sachen, die sie hier ins Tool eingebaut haben, funktionieren. Weil am Ende werden die ihre Hausaufgaben hier gemacht haben in dem Tool. Und das ist natürlich das coole. Dann gibt es hier noch so Snippets, wo man anscheinend gewisse Sachen sozusagen speichern kann für Signaturen, für Posts. Also es bedeutet, wenn du so Blöcke oder so immer wieder nutzt in deinem Post, kannst du das hier auch drin sozusagen speichern. Und das ist natürlich extrem cool. Ich zeige dir mal weitere Funktionen. Hier gibt es die Drafts. Das bedeutet, immer wenn du sozusagen einen Entwurf gemacht hast, ich habe hier schon mal ein paar abgelegt für mich, kann ich die mir hier angucken und kann die speichern. Was mir extrem gut gefällt, dass man hier wirklich sich alle seine Posts abspeichern kann und so eine kleine Pipeline am Ende aufbaut. Und das macht das natürlich extrem einfach dann auch am Ende die Sachen gleich fort zu planen. Das werde ich dir zeigen. Dann relativ schlank, aber aus meiner Sicht komplett mehr als genug, eine kleine Analyse-Seite von Posts, wie die gelaufen sind. Und das Coole ist, dass er dir auch zeigt, was für ein Typ das ist. Also er schreibt auch dahinter, ob es ein Image ist, ob es ein Text ist, ob es ein Dokument ist, ob es eine Abstimmung ist. Du siehst dahinter direkt sozusagen deine Ansichten. Du siehst, wie sind meine letzten hier gelaufen. Oha, alle drei 10.000 Ansichten geknackt. Gefällt mir. Du siehst die Likes, du siehst die Kommentare, du siehst eine Engagement Rate. Und das ist natürlich eine coole Möglichkeit, um am Ende Erfolgskriterien abzuleiten. Und manchmal ist es auch für mich zu kompliziert sozusagen, diese Dashboards und so. Und das ist hier relativ schlank. Du kannst mit einem Klick dir den Beitrag immer nochmal angucken. Und hier gibt es eine coole Funktion, dass du den re-usen kannst. Das bedeutet, er macht das dann einfach im Editor auf. Und dann kannst du natürlich dir den Post nochmal schnappen, vielleicht ein bisschen umschreiben und Content recyceln. Und das habe ich tatsächlich auch in einem der letzten Videos relativ aufwendig wirklich mit Trello mir gebaut. Und das jetzt mit einem Klick zu machen, ist natürlich extrem cool, muss ich sagen, dass sie es einem hier so leicht machen. Was ich dir noch zeigen möchte ist, wenn ich jetzt so einen Post hier habe und den im Draft sozusagen öffne ist, dass es hier die Möglichkeit gibt, mit allen möglichen Formatierungen zu spielen. Also du hast die Möglichkeit, hier Sachen Bowl zu machen. Du hast die Möglichkeit, irgendwie Sachen Italic zu machen. Also wie heißt das? Ja. Ich persönlich würde wirklich die Finger davon lassen. Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie den Lesefluss und alles irgendwie nur komplizierter. Ist natürlich auch irgendwie eine Stilfrage. Aber nur weil die Funktion da ist und du das jetzt machen kannst, weiß ich nicht, ob ich sie benutzen würde. Hier gibt es noch Smileys. Perfekt. Gibt es hier noch irgendwas? Was können wir hier machen? Uha. Jetzt habe ich was. Was habe ich gemacht? Zack. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man es nutzen kann, um dann am Ende wirklich den Content komplett vorzuplanen. Weil da kommen wir am Ende in noch einen coolen Bereich, den ich dir jetzt zeigen will. Und zwar plant man nicht hier über die Web-App das Ganze vor, sondern du musst dir ein Chrome-Plugin runterladen, was irgendwie 5 Sekunden dauert. Und dann klickst du hier unten rechts auf Continue on LinkedIn. Hier bei Attach kannst du draufklicken und kannst Bilder hinzufügen. Und hier sagt er dir schon, dass manche Funktionen sozusagen nicht hier funktionieren. Dann klickst du hier auf Continue on LinkedIn. Und das Coole ist, dass alles, was du siehst in Authored Up auch direkt auf LinkedIn verfügbar ist. Das bedeutet, du klickst hier am Ende auch oben rechts auf einen Button und hast da die komplette Maske, die du auch sonst in der Web-App hast. Und das ist natürlich relativ cool, das wirklich auch am Ende direkt auf LinkedIn alles machen zu können und nicht noch eine extra App zu haben. Und das Coole ist auch, wenn du auf Beitrag beginnen klickst und einen neuen Post machen willst, dann öffnet sich auch direkt die App. Und das ist natürlich cooler als der Standard-Editor von LinkedIn. So sieht das Ganze jetzt hier aus, wie wir das bereits kennen. Und jetzt natürlich die Frage, hey, wie kann ich das irgendwie vorplanen? Ich kann hier auf alle Sachen zugreifen, die auch in der Web-App sozusagen sind. Und das ist natürlich cool, dass ich komplett in LinkedIn drinbleiben kann und nicht woanders hingehen muss. Kann sogar mir das Ganze im Dark-Mode angucken. Es gibt hier coole Funktionen. Und jetzt natürlich die große Frage, wie kann man das vorplanen? Das bedeutet, hier gibt es die Möglichkeit, wie beim Standard-Editor von LinkedIn, einfach ein Datum auszuwählen und zu sagen, hey, am 25.05. will ich das Ganze am besten um 11 Uhr vorplanen. 11 Uhr hat er mir hierhin gepackt. Wo ist 11 Uhr am Morgen? Hier weiter. Und dann kannst du hier einfach auf Schedule klicken. Und schon ist am Ende dein Beitrag vorgeplant. Es wird einem am Ende relativ leicht gemacht. Du kannst dir deine gespeicherten Beiträge auch hier siehst du sozusagen immer wieder anzeigen lassen, was da am Ende sozusagen in der Pipeline ist. Das Problem an der sozusagen Vorplanung über LinkedIn, dass man es nicht editieren kann. Du kannst zwar noch die Uhrzeit sozusagen anpassen und wann du es posten willst. Du kannst es aber nicht mehr editieren. Und das ist aus meiner Sicht noch ein Manko, was wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten auch korrigieren werden. Aber du musst sozusagen, wenn du was ändern willst, den nochmal löschen und nochmal neu editieren. Und das bedeutet, dass das eine relativ coole Funktion ist, um wirklich seine Beiträge am Ende vorzuplanen und wirklich Ruhe zu haben. Insgesamt muss ich sagen, dass ich absolut begeistert bin, seitdem ich dieses Tool installiert habe. Denn tatsächlich mache ich meinen gesamten Content mittlerweile darüber. Schnappe immer wieder Ideen für Headlines, für Hooks, als auch schaue ich mir an, was es für Möglichkeiten gibt, einen coolen Call to Action zu formulieren. Aber gerade die Einfachheit des Tools macht so viel Spaß, weil man wirklich nur die wesentlichen Funktionen hat. Und das Coole ist, dass man wirklich über LinkedIn direkt darauf zugreifen kann. Das bedeutet, man muss nicht immer zu anderen sozusagen Plattformen rübergehen, sondern man kann es alles in dem Tool machen. Und das Coole ist, dass es auch wirklich das Thema Vorplanung komplett abdeckt. Bevor du jetzt wegklickst, nochmal zwei Hinweise, die ich dir unbedingt mitgeben möchte. Und zwar zum einen, morgen findet ein richtig cooler Workshop zum Thema Social Selling in unserer kostenfreien LinkedIn Marketing Community statt. Über, glaube ich, 80 Leute haben abgestimmt, was sie sich für ein Thema wünschen. Und morgen werde ich zeigen, wie man wirklich sympathisch Termine über LinkedIn vereinbaren kann. Wenn du das nicht verpassen willst, dann spring in unsere Community. Den Link findest du hier unter dieser Folge. Zweiter Punkt ist, wenn du dir noch ein Early Bird Ticket für unser Event am 22. und 23. Juni sichern willst, dann solltest du das bestenfalls diese Woche tun. Den Link dazu findest du auch hier unter dieser Folge. Ich würde mich wahnsinnig freuen, dich in Hamburg begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren von Authored Up. Ich bin gespannt, was du sagst. Lass es mich gerne wissen, was du von dem Tool hältst. Schreib es gerne in die YouTube Kommentare und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich.